Die neue Holzheizzentrale für das Nahwärmenetz in Eberbach-Nord wurde heute durch Bürgermeister Bernhard Martin in Betrieb genommen. Die Anlage versorgt über ein 850 Meter langes Leitungsnetz das Steigeschulzentrum sowie Wohnhäuser in der Berliner und der Stettiner Straße mit Wärme. Erzeugt wird die Wärme durch Verbrennen von Hackschnitzeln aus Waldbäumen, ein nachwachsender und umweltfreundlicher Brennstoff. Wir Stadtwerke Eberbach investieren konsequent in Klimaschutz. Wir machen mit dieser Holzhackschnitzelanlage eine CO2-Einsparung von rund 1.000 Tonnen pro Jahr. 800 Kilowatt Leistung hat der Heizkessel. Angeschlossen ist ein Wärmespeicher mit 100.000 Litern Wasser. Der Gesamtwärmebedarf im Netz wird auf 4 Millionen Kilowattstunden pro Jahr geschätzt. 7.000 Kubikmeter Hackschnitzel sind dafür erforderlich. Damit die Rauchgase aus dem Schornstein möglichst sauber sind, wird ein Elektrofilter eingesetzt.